Die west-sibirische Stadt Tümen ist 2144 Kilometer östlich von Moskau entfernt. Tümen liegt am Fluss Tora und ist der Regierungssitz der gleichnamigen Oblast. Das Tümener Gebiet ist eines der größten Gebiete in ganz Russland. Seine Fläche ist rund 1.435.000 Quadratkilometer groß. Es ist ca. 3,5 Mal so groß wie das wiederverreinigte Deutschland. Hier leben etwa 4 Millionen Menschen. Darunter 84,4% Russen, 1,7% Ukrainer, 6,1% Tataren, 1,1% Aserbaidschaner, 0,9% Armenier, 0,6% Deutsche, 0,5% Kasachen, 0,5% Tjuwaschen, 0,4% Tadjike, 0,4% Weißrusser und 3,5% Anderen. In unserem Gebiet gibt es mehr als 70.000 Flüsse, die länger als 10 Kilometer sind. Die größten Flüsse sind der Öp und der Irrtisch. Nach der Größe des Wasserbeckens ist der Öp der fünftgrößte Fluss der Erde hinter dem Amazonas, Kongo, Mississippi und La Plata. Seine Länge beträgt 3.650 Kilometer. Unsere Region ist ein Land mit unzähligen Seen. Der Taiga Wald bedeckt drei Viertel der Region. 90% des Erdgases und ca. 75% des Erdölz Russlands werden in unserer Region geboren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017